So, da sind wir wieder. Ganz frisch in der nächsten Folge. Vielleicht ein bisschen laut gerade, aber hey! Lass machen wir es mal leiser. Audio. Die Vorstellungen, Stimmen, Effekte. Stimmen können wir etwas leiser, etwas lauter machen, würde ich sogar sagen. Aber, ja. Ich würde sagen, warte mal, dann noch Anzeige. Das passt. Wobei die Gräser die kümmern lassen. So, Dialoguntertitel. Tiefenschärfe. War alles mal so in die Mitte rein. Die Götter werden uns keine zweite Chance gewähren. Damit das, ey, alles klar. Das Ding hat mich fast gegrillt. Was ist das für ein Ding? Hey, er ist aufgestanden. Ja, brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Okay. Wir müssen nur einige... Grill mich. Hallo. Kannst du dich mitnehmen, mitnehmen? Ist ein bisschen weit. Und du läufst, was du... Ich kann hier nichts mitnehmen, kann doch sein. Egal. Sag. Mir doch egal. So. Blöde Fliege. Hallo. Hi. Achso. Der macht Feuer. Ich dachte, der wäre am Brennen. Ja, guuuuut. Die Frau ist schwanger. Oder hat einfach nur ihre Tage oder wurde getötet. Ich habe keine Ahnung. Sagt noch einmal. Meine Mutter kann nicht kochen, dann mache ich dich fertig. Ich bin der Dober Motherfucking Keen, Junge. Geh weg. Oder ich mache aus dir Drachen-Ragout. Ach, die kennen sich. Hi. Kannst du endlich mal gehen, sonst mache ich wirklich aus dir Hackfleisch. Verpiss dich. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will da jetzt mal gucken. Hi. Was geht? Na. Alles klar, Genosse. Wo ist der denn? Na da. Hi. Oder bringt er mich gleich hier um? Hey. Verpiss dich. Das ist lustig mal drüber nachzugucken, was er so macht. Auf mich zu beleidigen, Alter. Hi. Wow. Okay, der hat ein bisschen Schnupp macht, das Kokodil-Kokodil-Schnapp gemacht, Alter. Das Schnibbe-Di-Schnapp gemacht bei mir. Alter. Ja. Ja, gut. Ja. Ach, würdest du sterben? Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Oh, die anderen kämpfen ja noch draußen, du Weichei. Nein. Nein. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Die machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, guck mal nach. Danke. Ich stehe nicht auf Leichenplünderung. Ich nehme mir so nur seine Axt, ich will mehr nicht haben. Ich mag meine Klamotten. Ich mag meine Klamotten, sagte ich. Aha. Ich mag meine Kleidung, die habe ich kostenlos bekommen von den Kaiserlichen. Ich bin Dobby. Das ist schon ziemlich dämlich, wenn ich ihn jetzt schon angreife. Hallo. Könnt ihr mir einen Drang geben? Ja, du stirbst zuerst. Heureka. Komm, die ist die erste, die stirbt. Ich habe nicht mal eine Rüstung. Ich möchte nur Schuhe haben. Den Rest kannst du behalten. Vielleicht das Eisendolch noch. So, den Rest kannst du wie gesagt behalten. Bumm, schakalaka. Wobei die Stiefel gefallen mir mehr. Leichte Stiefel. Ja, das ist ja schon eher was. Ach, ich hatte Stiefel. Okay. Ja, komm. Siehst du doch, ich trainiere an dich. Siehst du doch mal die Tür zu öffnen. Irgendwie ist mir das, äh... Gameplay... Quase Entfindlichkeit. Ja. Na ja. Es geht! Warte mal. Die haben noch ein Schwert dabei gehabt, oder? Ich will zumindest die Schwerte haben. Gib mir das Schwert. Hast du auch eins? Ja, du hast auch eins. Ähm... Sehr schön. Hey! Toll, was habe ich denn da jetzt aufgehoben? Ähm... Achso. Die... Ja gut, komm. Ich nehm die Rüstung mal trotzdem mit. Hey, ne nackte Frau. Hey, 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 hey. Eine Sache, die ich mal ganz kurz ändere. Alles klar. Natürlich 90. Okay, nein! Mach mal 86, komm. Ja, das ist schon in Ordnung, aber ich will trotzdem leveln. Was haben wir denn jetzt noch mal in, ähm... In einer Hand... Ich will 25 noch machen. Dann... Ja. Schade, dass... Ich glaub, man kann nicht pausieren, oder? Ah, ich mein, es geht ja eh schnell. Wobei, ich bin selten dämlich. Ähm... Gameplay... Müssen wir gleich nur... Äh... Wieder auch zurück machen. So hat er nämlich mega viele Leben. Ja, ich hab nen Schlüssel gefunden. Warte doch nur. Was macht ihr denn da? Siehst du doch, was ich mache. Was macht ihr denn da? 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 Ah! So, jetzt haben wir unser Ziel. Äh... Einstellungen und Gameplay... Adept... Ich werde auf jeden Fall auch später hochsetzen. So. Äh, ich nutze das zum Heilen. So. Cool. Laterne... Ich nehm die Laterne mit. So. 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 Das ist ja schon irgendwie so ein Schwierigkeitsfaktor hier, die Stolpen anzulassen. Boom. Schakalaka. So. So. Äh... Wir nehmen einfach mal die Schwerter. 125 wert. Und eigentlich einfach das, was mindestens... Ja. Das zumindest etwas wert ist. So. Dann haben wir noch... Hier ein bisschen Geld. Ein Buch. Das tut Salz. Keine Holzbrettchen. Das ist natürlich auch geil. Da waren Tränke drinne. Salz und Trank. Da ist Salz drinne. Oh. Hier oben sind auch noch Sachen. Der Kopf schon. Ah ja. Ne. Ich dachte das wäre Salz. Gut. Wir können weitermachen. Dann gehen wir weiter. Ja, ich bin fertig. Freiheit soll so... Ich nehm Sofengarde. Mögest du sterben. Und zwar elendig. Dankeschön. Die Folterer kaputt sind nämlich gerne. Mir ist nämlich ab und zu kalt. Ne, ich wollte schon eine Stiefel anlassen. Wo ist er denn? Folter war kaputt. Yeah! Ach komm. Lassen wir den Mist mal. Wo ist er denn? Haben wir da? Eigentlich müsste ich ja jetzt kurz einen Sturmmattel umlegen. Tut mir leid. Ich würde doch nicht rumlaufen wie die anderen. Ja komm, nehmen wir mit. Kann die Leiche mal da runter weg gehen? Dankeschön. Das musste sein, sorry Leute. Ich bin zwar einer von ihnen, aber sie haben mir keine Kleidung gegeben. Wobei doch anfangen. Ich wollte sie noch nicht. So. Krasse Sache. Haben die Handschuhe? Ja die haben Handschuhe. Die will ich haben. Ja. 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 Dann ziehen wir die Haube an. Die Lehrlingshaube. Und wir müssen das Buch funken lernen. Weil. Zerstörung. Oh. Ich hatte Flammen die ganze Zeit schon. Gut. Bist du doch EP geben oder? Ich mach sie einfach trotzdem mal auf. Ja. Gibt tatsächlich ein bisschen EP. Hi. Cool. Hat der Sachen. Schäbige Robe. So schäbig sieht sie gar nicht aus. Gut. Weiter geht's. Kommt mit. Gut. Haha. Ich zünde euch an. Rennen. Rennen. Sterb. So. Dann gucken wir mal. Pfeil. Ein Schwert. Ein Bogen. Ein Dolch. Schwert. Wieder teure Rüstung. Der hat die günstige. Also was heißt günstige. Die billigere. Äh. Die Waffen nehme ich erstmal alle mit. Ist da hinten auch irgendjemand gestorben? Ah ja. Schade, dass die keine anständige. Toll. Dass die keine anständige Waffen haben. Ähm. Ich pack mal ein. Ja. Das. 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 Ähm. Seht ja nicht mal was wert. Ich schmeiß mal 8 Stück hin einfach. Wo liegen die? So. Der Sinn daran. Dass ich die Mütze angezogen habe. Dass ich schon mal ein bisschen Zerstörung trainieren kann. Ähm. Dass ich. Diesen einen Boni nicht in Magiker reinpacke. So hoffe ich finde es sind schon mal 30 Magiker mehr. Ja. Die Handschuhe sehen echt nicht schlecht aus. So. Jetzt hoffe ich mal auf einen anständigen Gold-Stack. Nein. Okay. Ist ja irgendwie ein. Ähm. Äh. Ich meine zwischen 4 und 20 Gold müsste da drin sein. Ja. Verreck. Komm. Das Gift nehme ich mit. So. Äh. Ausdauer. Bitte. So. Geht doch langsam voran würde ich sagen. Dann kriegen wir noch eben den Bären. Der röstet gerade vor sich hinten. Eigentlich ist das total dämlich. Nord der Magie benutzt. Aber naja. Ist mir geil. Deswegen spiele ich so wie ich will. So wir sind draußen. Himmelsrand. So. Und die Ladezeiten sind zum Beispiel gar nicht voran würde ich sagen. Und das Knall... Das Knall du ihn. Knall du ihn. Ich will das nicht. Hey Rallos. Wir sind ja Freunde. Warte mal. Wir wissen nicht ob sonst noch jemand Leben draußen gekommen ist. Warte mal. So. Ich mach nach jedem Schnellspeicher. Äh. Schnellspeichern mal eben. Ey. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht gehört. Ja. Penner. What the fuck. Ja gut. Wir haben wenigstens einen dranklauen können. Oh. Wie schön das aussieht. So. So. Dann ist ja gleich schon der nächste Part vorbei. Ich würd sagen wenn ich dann im Flusswald bin. Ne das mach ich nicht nochmal. Da bin ich letzt... Das ist gerade das witzige. Das hab ich vorher auch gemacht. Ich bin da runter gesprungen. Bin da verreckt. Von da aus. Oh. Ja gut. Ich seh grad es ist gar nicht so niedrig. Von hier aus bin ich runter gesprungen oder so. Und hab ich direkt verreckt. Voll armselig. Willst du nicht mit mir reden? Na komm. Na komm. Na komm. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 nur alten Findlinge die überall in Himmelsrand zu finden sind. Jo. Den Kriegerstein werden wir allerdings nicht lang halten. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Umgeleitung. Wir werden demnächst gucken dass wir direkt den Schlachtroststein bekommen. Ich mein das Ding heißt so. Dann haben wir... Dann ist das was wir tragen kein Gewicht. Sprich wenn wir die dickste fetteste Rüstung tragen. Ist das kein Problem. Wir wiegen nichts. Also... Also wir wiegen nichts was wir da anhaben. Das wiegt nichts. Sprich wir haben halt mehr Platz für Items die wir beim Laufen und Looten erhalten haben wir halt mehr Platz für. So die Wölfe müssten jetzt eigentlich mal auftauchen und das Wasser sieht wunderschön aus. Wo waren denn die Wölfe what the fuck? Na gut dann eben nicht. Keine Wölfe. Was geht? Was? Was ist denn nun schon wieder Mutter? Ach das ist seine Mutter. Okay. Die ist verrückt. Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter? Ja klar ist die verrückt. Gut. Ich würd sagen das war dann schon wieder der nächste Part. Ich würd sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein.